hallo liebe let's player und youtuber weiter geht's mit dat pool so da sind wir das letzte mal stehen bleiben irgendwie müssen ja so nett irgendwie müssen wir da drüben hinkommen wollte ich sagen so einmal daher wir machen gern vorsichtig ha mein stück weiter gekommen so müssen wir da hoch nein so nicht oder ist irgendwann wie lecker na da hilft kaputte das ist richtig schmackig schon wieder so ein blödergang und jetzt lautlos na glaube ich nicht dass man sich noch mal sieht da sollte ich nicht abhupfen vielleicht aber da muss noch einer sein kämpfe halt ein bisserl so shiny und jetzt darunter oder was na gut ha da haben wir nummero 2 wo Na gut Muss ich da oben wahrscheinlich, oder? Ja 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 Geschafft So Letzte Bombe Ja Ja Da gehts aber wahrscheinlich Ja 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 Das ist der real Sinister. Vielleicht, wenn du ihn verletzt, er wird für reales sein. Wir müssen uns extra quieten sein. Keine Fertigung, Fertigernade, oder Funnysche. Sie besser nicht messer und alerten die Garde. Sie haben es und wir haben es. Closez und persönlich. Sinister wird nicht wissen, was er hat. Remember, silent, aber dead. Like bad dogfarts. Bicheliment de Fortin. Achso, von da sind wir gekommen. Irgendwie müssen wir da rein zum Sinister. Ja, wir sind nicht ganz leise. Tata Turdball. Haben wir noch einen Griffholgen? Wer hat mir jetzt gesehen, warum? Wir müssen uns schnauern auf Sinister. Also, blem kalt. Ja, wir sind nicht leise. Wir sind nicht leise. Wir sind nicht leise. Wir sind nicht leise. Sind nicht leise. Wir sind nicht leise. Wir sind nicht leise. Nett. Und die Person läuft wild. Und ab das Ding. so, da vorne ist der nächste oh jetzt muss ich zuerst die Patrouille da schnappen wenn es vorbeikommt wieder ah, sie kommt schon wieder oh, da ist sie, ich bin da kommt Papa na vielleicht ist er, da kommt der Herrscher oh hat noch ein bisschen, kommt ok hat er mich gesehen, ich werde mal schauen mal probieren von der anderen Seite ist es besser ja, wir sind ja eh ganz leise, oder probieren sie zumindest oh, das ist ein Snackerschusswaffe, man komm da ja schon ah, komm, sie zu und tschüss genau, ein Künstler kommt der dann auch wieder aber na komm wieder runter hey, runter kommen da kommt glaube ich nicht mehr rüber die Backe schaut fast so aus und der nächste so ja 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 he 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 da r You also completely forgot to rescue Rogue. By the way, she's about to be tortured and killed by Blockbuster in some kind of arena. Shit! Deadpool just checked into arena. Hm. Na ja. Dann up. Okay. Here comes the train. Hup, hup. 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 I'm gonna pound the hell with you. When it's over, you want me to say a few words? When it's over, you want me to say a few words? Hey. Shit. Shit. I'm gonna pound the hell with you. Do what's going on? und so hoppla knapp daneben komm zu mir lauf 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 au und normal ouch my bullets jup ganz ein schlechter zeitpunkt wie so was natürlich so aber jetzt haben wir wieder voll einsatzbereit genau let's dance ich muss es natürlich wieder einstellen weil mein controller verloren hat so ouch die 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 sch reach die 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 zouverän die 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 Ja, congratulations. Du stabbed jemanden. Useless. So. So. Komm schon. Wow. Mein Leben! Hilfe! Die Attacke ist ja fies! Na komm! Hoppala! Perfekt! Komm! Wirf! Ja! Auf zum letzten Tänzchen, mein Freund! Oh! Wirf! Autsch! Da hat's früh drückt! Ja klar! Und tschüss! So endlich Rook retten! Rook retten! Wirf! 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 Das war zuviel des guten! Oh, komm her da her. Bleib dort du blöde Sau du. Na, jetzt reicht's aber. Boah, geschleicht's euch. Boah, scheiß Muschies. Streicht's euch da. Na endlich. Stirb. Da, da leid's da, oder? Don't worry, Rogue. We'll save you. Snack camps. Snack camps. Ja genau, keine Hunde wurden hier verletzt. No guts, no gorge. Haha, did you see what we did there about the, forget it? How profound. Alright, God is ready. Pull that lever to open the gate. Okay, I'm pulling this other right here to open the gate. Which lever? This lever. That's fine work with that lever, son. Yes, the gate is now open because I pulled this lever. We get it, I move. Thanks. Let go. Let go. Let go. Haha. What is that? It's a forearm zombie. I know there's zombies down here. Kill it. It's a forearm zombie. It's a forearm zombie. It's a forearm zombie. Yes, yes. Stand next to the red barrels. Hahaha. Hmm. Haha. Oh, wow. Deadpool angry. Deadpool angry. Ganged ramps. But the keg machine is unstable. Are you sure? We have a weapon. Woh. Jetzt können wir uns wenigstens wieder zusammensetzen. their DNA ooh sounds heavy the spirits of those mutants still linger here yearning to stop him I cannot claim them hey my late burger with queso you want me to free their souls my bony muffin yes I got this dead pool yes my bony bride pull yourself together yeah we didn't play the hebel from for her daughter all right to get the mind card movie but why use one thing when we can use three why use three when we can use what million haha okay stop it was a program to handle this type of abuse oh yeah give him you break the script for the level hey only I'm allowed to break the fourth wall in this game hey where did that cake machine go in the kids maybe we should have listened to that cow we need to pull that lever to open that door okay ja gut das zeige ich aber dann erst im nächsten video werden wir dann wieder da beim letzten speicherpunkt anfangen ich würde mich sehr freuen wenn es einen Daumen hoch da lässt und oder ein Abo beziehungsweise unter Abo in diesem Sinne euer Sascha tschüss Baba I it so you it so you Vielen Dank.